Jammo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution Und wir haben hier erstens ein paar Tiere, uh, zwei sind fertig, sehr schön Die hole ich nach dem Sturm am besten raus, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf den Sturm reagieren Guck mal, sie glänzen richtig, das finde ich cool So, was haben wir denn hier? Wir haben das letzte Mal gesehen, dass irgendwas kaputt gegangen ist? Irgendwas war doch kaputt gegangen Alarm ausgelöst, Ausspannwerk Ich schwören können, dass da irgendwas stand, ein Gebäude ist kaputt gegangen Vielleicht stand da, ein Gebäude können nun kaputt gehen, weil, wo ist, ich weiß es nicht Kann der Sturm enden? Ich will mir Geld verdienen Aber was wir machen können, ist, äh, Expedition starten Wir brauchen neue Dinos, die etwas drauf haben Diplo Ein Dilophosaurus, ist auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, wir machen erstmal den Velociraptor fertig Und als nächstes kommt die Forschungsstation, stimmt Wir brauchen, äh, so eine Forschungsstation, damit wir ein bisschen was erreichen können Schutzraum wird geschlossen Dinos werden freigelassen Guck mal Wie kleine Zebras So muss ich den anderen auch So, die können wir dann gleich verkaufen Okay, Velociraptor Lassen wir ihn frei Das, liebe Freunde, ist unser erster Velociraptor Guck mal Ist der nicht süß? Er hört sich schon bedrohlich an, ne? Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind Unser Job ist es ihnen Den Raptoren zu zeigen, dass wir ebenfalls Alpha-Raubtiere sind Okay, äh, ich wusste, dass wir noch einen zweiten hätten machen sollen Der bricht aus, wenn ich kein Geld habe Wir müssen schnell an Geld kommen Genau Geht da rein Macht euren Scheiß Ich muss dem auch noch was zu Futternden hinstellen, ne? Ach, kacke Die Gäste werde ich da nicht rein tun Ähm, Gehege Sehr, sehr teuer 250.000, ach du Scheiße Aber die sollen mein neues Dinolein angucken Damit ich Geld verdienen kann Verdiene ich jetzt schon mehr, eigentlich? Gewinn pro Minute Oh, ja, das steigt Genau, iss erstmal was Lass dich nicht davon irritieren, dass du noch keinen Bruder hast Der kommt hoffentlich rechtzeitig Ach du Scheiße, jetzt habe ich ein Problem Ich wusste es Ah, ich wusste es Aber ich konnte es nicht ertragen, ihn da drinnen liegen zu lassen Der arme Kleine Oh, beeilt euch Ich brauche euer Geld Stimmt Äh, ich muss die Struzio, hast du nicht gesehen, verkaufen, ne? Äh, Aufgabe hinzufügen Ich glaube, die müssen wir vorher betäuben, ne? Den betäuben und den betäuben, bitte Und dann hoffe ich, dass wir es schaffen Transportteams Bewegen, entfernen oder verkaufen Ja, wie verkaufe ich denn welche? Okay, gehen wir erstmal zu den Fossilen Äh, oh nein Ich habe nichts bekommen, sondern nur Sachen ausgegeben Der hält durch, der hält durch Ich, 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 ich sehe es positiv Ähm So, habt ihr jetzt Wo sind die denn? Der ist doch nicht betäubt Wo ist der andere? Warum laufen die, äh, laufen die wieder in den Wald? Naja, klar Der liegt da irgendwo Ich drehe durch Wieso wird es nicht mehr angezeigt? Früher wurde es immer angezeigt Ach Es wird angezeigt, nur sehr, sehr schwach So Irgendwie verkaufen wir die jetzt? Ah Habe ich Verlust gemacht? Ja, klar Habe ich Verlust gemacht Ich habe es ja noch nicht mal hochgepäppelt Wir sind ja noch ganz jung Egal, ich brauche das Geld Ich bin jung und brauche das Geld Wie viel haben sie mich gekostet? Wahrscheinlich ein Schweinegeld Schweinehaufen Geld Ah Struzio Hat mich gekostet 43.000 Gut Hälfte Wertverlust Aber auch nur Ja Wege irgendeine Scheiße So Wie sieht es bei dir aus? Streift umher Grasland Geborgenheit Nahrung Wald Sozial Wo sehe ich wie alt du bist? Alter 16 Lebenserwartung Skene 47 Das heißt, er wird 47, ja? Wie sieht es hier aus? Ach, 47 Wir haben da noch ein bisschen Zeit Wo ist der Digge? Nicht, dass der schon umgefallen ist 18 Lebenserwartung 73 Na gut Produkttransport wird durchgeführt Ja Endlich Verkauf den Scheiß War das überhaupt Struzios? Ja, das war ein Struzios Ja Uh Gib mir Geld Auftrag abgeschlossen Und alle Tiere vollzählig Was will man mehr? Kann ich jetzt schon? Kann ich jetzt schon? Hat aber gerade so gereicht Du willst aber nur nicht ausbrechen Kleiner, oder? Geborgenheit Scheiße, der bricht gleich aus Fuck Oh, bitte Bitte beeilt euch Oh Gott 7% Der bricht doch gleich aus Ich hab Plan Nein, 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 nein Ich weiß gar nicht mehr Hier, ne? Aufgabe hinzufügen Nein Einverstanden Ich komm zu spät Keine Sorge Keine Sorge, Freunde Ich habe rechtzeitig reagiert Keiner muss hier sterben Keiner muss hier sterben Keiner muss hier sterben Alles ist gut Alles ist gut Keiner muss hier sterben Nein Sag mal, wieso triffst du dich? Er trifft dich Wofür soll denn das? Super, danke Der trifft ihn nicht Ich dreh durch Jetzt triff ich noch Ja Einer hat gesessen Halleluja Zahlungsunfähig Wenn ihr Park Zahlungsunfähig ist Müssen sie mit Den vorhandenen Mitteln Verdienen Verkaufen sie Unnötige Gebäude Fossilien Wie kann ich denn In Swinus geraten? Ich hab Gewinn pro Minute Der hoch ist Ja gut, wahrscheinlich Weil mein Tier Ausgebrochen ist Wir kriegen das schon wieder hin Unterwegs Um Produkt einzusammeln Wir müssen das Gehirn reparieren Aber wenn er gleich wieder aufsteht Oh, ich hab ja kein Geld Oh 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 Äh Äh Ne Äh Ranger-Station Ranger-Team Fahrzeug lenken Die sind zu unfähig Ich mach das lieber selber Oh Gott Aus dem Weg Wir haben einen Notfall Wenn sie nicht sterben möchten Bitte gehen sie zur Seite Oh, zu teuer So hab ich jetzt schon wieder Minus gemacht Übernehme Steuerung Scheiße Ich muss ihn direkt betäuben gleich Fehlgeschlagen Ihr wollt mich doch verarschen Wieso mach ich Minus? Wieso mach ich plötzlich Minus? Eine Sache, weißt du Eine Sache geht schief Und dann geht alles schief Okay Okay Ja, aber hier nix, ne? Nein, ich kann nix verkaufen Bestätige Produktzustelle Die haben sie auch hier bedrohen Ja, wir müssen ihn direkt betäuben Nicht, nicht transportieren Aber hinzufügen Betäuben Zu teuer! Oh, das waren Das waren die Pfeile Die mich Oh Ja, dann soll er halt rumrennen Und alle töten Was soll ich mir jetzt machen? Habe ich hier was zu verkaufen? Ich weiß nicht mal, wie man verkauft Weil ich es nie nötig hatte Scheiße, man Ach, man muss die Upgrades da reintun Oh mein Gott Ich möchte den Auftrag annehmen Was impliziert, dass Sie das auch wollen Richtig? Lassen Sie ein Hü-Hasel Hä? Mit einer Stärke Heilung Modifikation frei Okay Finden Sie eine Expedition Ein kleines mehr Ja, ich wünsche dir viel Spaß, Kleiner Ich muss erst wieder ein bisschen Gewinn machen Ich kann warten Solange macht der, was er will Ja, was soll ich machen? Ich kann mir keinen zweiten leisten So eine Scheiße Okay, wir haben jetzt ein ganz, ganz großes Problem Aufträge Ich brauche einen neuen Auftrag Wissenschaft Wir hätten da was Interessantes Ach, verdammt Und was Profitables Ja, ja Der erste Fehler ist meistens der gravierendste Und womit hat das alles begonnen, wenn nicht mit prähistorischer DNA Ah, ich meine ja nur Oder warme nur Ihre Entscheidung Ich muss mir das einfallen lassen Kann ich das Spiel pausieren? Man kann das Spiel ja nicht mal pausieren Ah, hier ist Verkaufen Okay Was haben wir hier? Das kann ich nicht verkaufen Ranger Station kann ich auch nicht verkaufen Ich kann nichts verkaufen Fossilienzentrum Ja, muss ich das Fossilienzentrum verkaufen Ist halt so So Dann machen wir folgendes Äh, Aufgabe hinzufügen Betäuben wir den Wenn der erstmal betäubt ist Verkaufen wir ihn Das ist der Plan Da läuft die Menschenmasse So Und jedes Mal wenn die schießen Kostet es mich Geld Wenn ich das richtig gesehen habe Ja Boom Okay, er ist eingeschläfert worden Keine Expedition ACU Zentrum Transport Team Was ne Scheiße Was ne dreckige Scheiße 205 Warum mache ich plötzlich Minus? Nur weil er irgendwelche Leute frisst? Kann man die Leichen beseitigen? Wäre das möglich? Die Leichen machen natürlich nicht gerade ein positives Bild Aber gut Kann ich schon die nächste Mission hinzufügen? Ich brauche Aufträge Auftragslimit erreicht DNA von der Produkt wird transportiert Vor allem das Geld Was ich durch ihn bekomme Bringt mir auch nichts Ach Kacke Es ist doch nicht wahr Ich muss jetzt noch was trinken Auf den Schock Wo habe ich aber das Fossilienzentrum verkauft Das war einer meiner Geldquellen Sozusagen Das ist schon echt bitter Ich weiß jetzt auch nicht Wie lange es dauert Bis ich wieder Geld verdiene Ich weiß es nicht Krankheit eingedämmt? Was findet ihr? Wieso sind die jetzt krank? Das ist kein gutes Timing Das ist echt kein gutes Timing, Dude Bitte Gebt Geld aus Gebt Geld aus Gebt mir Geld Scheiß auf die Sturmabwehrstation Kann ich später wieder hinbauen Was haben wir hier noch? Ranger Station ACU Zentrum Okay Dann muss ich das ACU Zentrum jetzt beseitigen Obwohl Ja gut Ich kriege 300.000 Da wäre ich wieder ein Plus Wenn ich denen jetzt Irgendwas zuteilen will Wie zum Beispiel Den Typen da heilen Das geht nicht Es kostet 20.000 Den Typen zu heilen Ich muss schnell wieder ins Plus kommen Ach du Scheiße Und ich habe hier keine Quest Die mir hilft Ich habe das Gefühl Dass Der Zaun Die Gäste verunsichern könnte Zu teuer Ich dreh durch Ich hatte gerade noch Geld Was mache ich denn jetzt? Kann ich Kredite aufnehmen? Finanzen Wieso kann man keine Kredite aufnehmen? Klage wegen Gästeverletzung Strom Auslastung Verlust Wenn ich Zum kleinen Kraftwerk gehe Was haben wir hier? Reduziert Unterhaltskosten Das muss man kaufen? Ich heule gleich Na gut Es ist jetzt Es ist jetzt wirklich Nicht mehr so schlimm Die Klage wegen Hast du nicht gesehen Muss runter Sowas wird einem Im Tutorial auch nicht beigebracht Also Dass man die Dinger Kaufen muss Ich dachte man Macht sie im Forschungszentrum Fertig Und freut sich Dein Keks Dass man sie hat Verstehst du? Ja du wirst so viel sparen können So viel Stress So viel Stress Oh mach ich wieder Plus? Ich mach wieder Plus Danke Gott Vielen lieben Dank Okay Alles gut Es geht hier immer weiter runter Wir können unseren Park Wieder aufbauen Ganz von Neuem Ganz von Neuem Ich hätte die Scheiße Gar nicht verkaufen müssen Aber jetzt geht's schnell Wer weiß wie lange Man in den Miesen sein darf Bevor man Bankrott geht Ich weiß es nicht Wir müssen auf jeden Fall Sehr viel neu bauen Ungenutzer Strom So Den Scheiß brauche ich nicht Wir aktivieren hier Upgrades Reduzierte Unterhaltskosten Und Ausfallschutz brauche ich nicht Verbesserte Leistung So Und schon produzieren wir viel mehr Strom Auf eine billigere Art und Weise Niedrige Gesundheit Der hier Oh Oh Ich hab kein ACU Zentrum Moment Brauch ich gar nicht Ranger Team Aufgabe hinzufügen Heil Team Heilung Und dann reparieren wir den Scheiß Bestätige Aufgabe Heil ihn Okay Alles wird gut Alles wird gut Wir brauchen Betriebsgebäu- Ich kann mir gar nichts leisten Nicht mal für 300.000 Possilienzentrum 400.000 Das ist so zum Heulen Ja gut Immerhin So Strom Senkt sich Das ist schön Verlust Ticketverkäufe 55.000 Okay Baurückerstattung Oh wie ist das so Naja gut Wir erholen uns jetzt erstmal wieder Alles wird gut Habt ihr ihn jetzt geheilt oder Der ist immer noch krank Wollt ihr mich verarschen Ihr habt seine Gesundheit gesteigert Wow Das ist der Der helle Wahnsinn Der soll geheilt werden Jungs Ich mach das selber Da fahren die einfach weg Was soll das Der krepiert mir doch Könnt ihr euch doch nicht bringen Muss ich auf Geld warten Produkt bestätigt Ernsthaft Da läuft er weg Ich will dich heilen Gesundheit wird erhöht Ja wow Ich will ihn heilen Also komplett von seiner scheiß Krankheit Hat er irgendwelche Pflanzen gefressen und ist dadurch vergiftet oder was Medikamenten nicht erforscht Jeder Schuss kostet mich wahrscheinlich Jede Schuss kostet mich 5000 Okay Medikamenten noch nicht erforscht Das ist ja cool Greifst du jetzt meine Leute an? Nein Ich hab das Medikament noch nicht erforscht Leute Ganz ruhig Alles wird gut Alles wird gut Wie sieht mein Verdienst aus? Sehr schön Wir gehen wieder langsam ins Plus Wir brauchen ein Fossilienzentrum Das stand ja hier Komm So Fossilienzentrum ist wieder da Wir werden Eine Expedition starten Gleich In Kürze Gibt es ja auch was billiges? Irgendwas billiges? 90.000 ist zu viel 75 75 60 Und jetzt auch so lange warten Ja Wir müssen auf seine Gesundheit achten Wir müssen auf seine Gesundheit achten Wir müssen auf seine Gesundheit Was kann Der ist ja schon wieder halbtot Bestätigt Bestätigt Was haben wir Was ist das denn? Skin wechseln? Gesperrt Worum ist das gesperrt? Ja Upgrade Ranger Nachladetempo Treffsicherheit Da Planung Ermöglicht das Ranger Teams Von Aufgewerteten Stationen Eine weitere Aufgabe hinzuzufügen Ja das brauche ich gerade nicht Ja ne Heil ich den Typen Naja so langsam Kommen wir wieder ins Plus Wir dürfen Wir dürfen keinen ungenutzten Strom haben Wenn ich das richtig bemerkt habe Stromkosten Sieben Wenn ich jetzt Egal was ich baue Egal was ich baue Ich werde auf jeden Fall Ein neues Kraftwerk brauchen Das Problem an der ganzen Geschichte Ist allerdings Dass dieses Kraftwerk mich Verdammt viel kostet Das heißt mein Park muss erstmal größer werden Oder vielleicht Ähm Ich mach irgendwas für die Gäste Schutzraum Hotel brauche ich noch nicht Souvenirladen Was habe ich kein Souvenirladen Ne Souvenirladen Wie viel kostet das Souvenirladen 130 Verbraucht Strom 3 41 Super Endlich Kann ich jetzt endlich mal wieder auf eine Expedition gehen Das Zeug aus der Expedition werden wir verkaufen Und daraus werden wir Geld ziehen Und dann werden wir uns einen Keks freuen Das ist der Plan Das ist der Plan Da müssen wir aufpassen Da müssen wir aufpassen Da müssen wir aufpassen Wie sieht es jetzt aus mit Strom Ungenutzter Strom 5 Ok Das heißt ein kann ich hier noch machen Was ist das Betriebsbereich Ja Erfolgsrate So Jetzt haben wir noch drei ungenutzten Strom Das heißt Das hier wird gleich weniger Sehr schön Wieso muss ich bezahlen Dass der Strom Dass der überschüssige Strom wegkommt Den können wir doch verkaufen Jetzt sind da schon zwei krank Du willst mich doch verarschen Streift umher Was hast du denn Krank Fahnenvergiftung Weil ich keine Dinos habe Kann ich ja komplett aufgeben Achten wir mal auf dessen Leben Ach das ist doch nicht dein Ernst Ranger Team Aufgabe hinzufügen Bitte heilen Ach Gott Wie soll ich denn so schnell an Geld kommen Ich brauche diesen Souvenirladen Wenn ich diesen Souvenirladen habe Könnte ich Glück haben Und die Leute kaufen da ein Und geben mir Geld Und mit diesem Geld Kann ich dann meinen Park quasi retten Das ist schon Ist grad schon nicht einfach Ist schon grad nicht einfach Wie sieht es hier aus Fossilienzentrum Wie lange dauert das bis das Zeug da ist Was ist da los bei euch Wieso braucht ihr so lange Weniger als eine Minute Ist mir scheißegal Die sollten langsam wieder zurückkommen Ich muss hier drauf achten Wenn die zu wenig Leben haben Wird es ja oben angezeigt Dann muss ich sie heilen Ich muss diese Krankheit erforschen Schnell erforschen Das Problem ist Ich muss Ich brauche ein Kraftwerk Ich brauche Geld Und ich verkaufe die Und baue mir einfach neue Das ist auch eine Möglichkeit Ja Gib mir Geld Ja komm Das machen wir mal 258 Sehr schön Souvenirladen Das machen wir mal hier so mittig rein Damit die auch Strom bekommen Dann bauen wir noch einen Weg Wo soll denn hier der scheiß Weg sein Das sieht schick aus Das kann man machen Hier Sucht euch einen Weg aus Alle Wege führen zu meinem Geld Dankeschön Will ich die verbinden? Ne schade Aber wir ändern mal Ersetzen an So Das sieht doch schick aus Damit kann man leben Guck mal wie verwirrt die jetzt hier Durch die Gegend laufen Weil sie denken Das ist alles Weg Kein Strom Ich habe es doch perfekt gebaut Verbraucht ein Strom Kann ich irgendwas um platzieren? Ich habe es doch nicht 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 Aufgabe hinzufügen Wer ist hier der halbtote? Du? Ich weiß es nicht Ich mache es aber bei beidem Einverstanden Ja Wir sind sowieso jetzt beide halbtot Ich habe es nicht Ich habe nicht genug Strom Okay Umspannwerk Umspannwerk Wenn wir jetzt Ein Umspannwerk bauen Dieses Hat der da kein Strom Ne? Wir müssen es einfach taktisch Und platzieren Hat der aber kein Strom Oh fuck Der braucht doch auch Strom Ich gebe einen Scheiß drauf Na 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 Ich habe noch zwei Strom Wo habe ich das her? Der hat einen Strom verkauft Der verbraucht ja Jetzt hat der keinen Strom Egal Die Ranger Station Braucht keinen Strom Jetzt sind drei krank Alles wird gut Alles wird gut Ich muss einfach nur durchhalten Laufende Kosten für Attraktionen Der kostet mich mehr Geld Als er einnimmt Oder das Einkommen durch Attraktionen Ja gut Das sind jetzt 30.000 Okay Ich habe gerade Okay Mehr Gewinn Mehr Gewinn Ist mir egal Mehr Gewinn Soll einfach keine Rolle spielen Warum? So Niedrige Gesundheit Ich gebe euch einen Scheiß Oh nein Ich habe meine Flugdinge Ins Kirchenstation Oh ich wollte die verkaufen Die Scheißviecher Wer hat keine Gesundheit Und die haben keinen Strom Das ist ganz so teuer Was soll ich machen? Ich bin am Arsch Oh Gott Okay 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 Ich entferne dich Und ich entferne dich Ich baue neue Leitungen Wir müssen es nur schaffen Wir müssen es nur schaffen Alles zu erwischen Wir müssen es nur schaffen Alles zu erwischen Das dazu Jetzt habt ihr Strom Ihr habt Du 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 hast Strom Dir fehlt Strom Im Expeditionszentrum Wir sollten das alles Auf einmal treffen Wie zur Hölle Habe ich das getroffen? Auf gut Glück So Oh Gott Oh Gott Nein Bitte nicht weiter bauen Okay Dir viel Strom Okay Ranger Team Aufgabe hinzufügen Heilen Heilen Aufgaben voll Fick DNA Ah der hat 1% Leben Tot Problem gelöst Gewinn pro Minute 4000 Ihr wollt mich doch verarschen Ah geht doch Okay Keine DNA vorhanden Ist die Zeit stehen geblieben Oder Oh Freunde Wir sind außerhalb der Zeit Gut Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Und dann hoffen wir Dass wir irgendwie das Problem gelöst kriegen Und dann wieder ordentlich Geld verdienen Haut rein Euer Sir und Tschüss Ich würde sagen